Hey und Willkommen zu einem neuen 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 Paladins. Lasst mir eine Bewertung da, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt und viel Spaß. Yay! Endlich wieder Paladins. Und guck mal, die tollen Skinner, die ich aus der Kiste bekommen habe, die ich durch Twitch Prime bekommen habe. Und alles Lot, was ich habe, ist einfach Twitch Prime. So. Und ich spiele Wicke. Wieso habe ich kein Fadenkreuz, während ich in diesem Scope spiele? Ja, das war nur ein Fehler. So. Da sind Gegner hinter uns. Ähm. Hallo? Okay. Jetzt sind wir nicht erwartet, aber... So, wir müssen da hochschießen. Ups. Ich wollte es nicht cancel. Ich finde es so, dass es auf F ist. Ich finde es so viel besser, wäre es einfach auf, ähm, Shift. Wäre einfach nur für ihn. Ähm, ich will da weg. Wee. Ich mag diese Karte, wo ich mich selber heile, wenn ich auf eine Sprinte. Weil ich schütze und die gibt mir so... Ah, ich brauch's gar nicht gut halten. Ich habe ganz sicher nicht gegen Bots gecutt. Wieso spielen die alle wie Bots? Ich will diesen Reefs gehen, aber diese blöden VIP-Points geht mir so langsam. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, derzeit nicht vor, Geld in ein paar Dienst zu investieren. Ich habe ihn wieder zurückgezogen. Ich habe ihn wieder zurückgezogen. Ähm. Ach, verdammt, das war Lex. Ich habe ihn übersehen. Irgendwie habe ich ihn ignoriert, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ihn übersehen. Also irgendwie diese Runde, ich finde sie gerade total komisch. Ich brauche Reef. Ich finde es so toll, dass sie einfach mal hier so richtig schön mit Stimpfworten um sich schmeißt. So. Ähm. Ja. Halt, da ist jemand. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Wo bist du? Da ist sie. Okay. Das ist irgendwie gar nichts gemacht. Aber. Hier. Die fliegt irgendwo hin, wo ich sie eigentlich haben wollte. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht gegen Bots gekürt. Und wenn, dann hat mich das Spiel einfach so... Entschuldigung. Ich will niemanden den Spot beleidigen, aber irgendwie. So. Ja, wie toll, dass sie schön herumflammt. So. Ich bin etwas langsam, aber... Hier ein Stück. Ähm. Wo bist du? Ich schreibe im Lexington. Das ist eigentlich ziemlich doof, aber... Irgendwie... Ich habe schon... Ja, der Fuchs. Da bin ich nicht auf dem Punkt, um dort Schaden zu machen, aber im Grunde soll ich da für das... Ähm. Aber für das Geneteam keine Heilungen. Unter die sich alle... Ist die... Ashen Bot? Ich meine, so wie sie läuft, sieht es halt wirklich ganz stark danach... Ich bin von der Kanada reingelaufen. Ich bin von der Kanada reingelaufen. Ich bin von der Kanada reingelaufen. Wann ist das... Wie... Wie sagt ihr so einen komischen hässlichen Stock? Ich hab den Skin noch nie gesehen von Willow. Und die hat einfach diesen hässlichen Stock danach... Die kurzen Zweig, aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben es mit Absicht so richtig sassy gemacht und... Ähm. Komisch aussieht aber trotzdem. Nein, nicht schon wieder. Nein, danke. Muss ich mal meine Ulti verwenden. Stirb. Wenn ich Glück habe, überlebe ich es. Hey, der ist doch da unten. Ich bin einfach mal hinter den Gegenden. Ich soll doch mal eine Ulti verwenden, weil... Oh, das... Ich bin mir da einen Schiff's reingelaufen. Nein, so ein Mist. Und dann hältst du dich nur noch mit den Fingerspitzen. Ich finde das voll gut. Oh, Mann. Ich weiß nicht, was Victor da erzählt. Und ich hätte mir eigentlich nur eine Karte holen sollen, aber... Ich glaube, das geht hier gerade eh zu Ende. Bin ich schneller, wenn ich sprinte? Ich glaube schon. Oder zumindest kommt es nicht so langsam vor mit der Katze. Ähm... Ich habe wahrscheinlich... Ja, weißt du was? Sprinte bitte. Und danke, Guau, für das... Irgendwann hinterher gerettet. Nein, danke. Ja, ich liebe diese Karte so sehr. Weil ich auf den Schaden ausziehen kann, indem ich weglaufe. Das ist doch richtig gut. Nein, geh weg. Wie super. Geh weg. Ich will mich doch noch heilen. Ich finde die Karte so dämlich. Okay, das ist lächerlich stark. Wohi. Wann nicht mal wieder ein bisschen? Weg, geh weg. Ähm, ich glaube, ich würde Victor öfter spielen. Einfach nur wegen dieser Karte. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Geh weg. Nein. Ach, wie gut. Nein, geh weg. Ich weiß nicht, ob ich dich damit erwische. Oh. Ich finde das so super. Ich kann ja vor dir die Gegend rein. Das passiert nichts. Und sterb halt nicht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit. Wo ist die Karte? Ähm. So. Und sterb bitte. Jetzt geh ich mich nicht per mal heilen. Das ist anti. Nein, geh weg. Geh weg. Ach, Mann, das gefällt mir gerade so richtig. Nein, danke. Kein Anti-Hill. Ich mag Anti-Hill nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ach, schade, wir haben es nicht geschafft, aber... Das ist jetzt immer in Länge. Ich kann da nicht hin dran. Okay, ich muss sagen, ich werde super. Zählt das für mich? Ich weiß nicht. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, weil... Es heißt ja nur für andere Spieler, aber... Zählt es wirklich auch nur für andere Spieler? Weil ich meine... Grover sagt ja auch zu sich selber, danke fürs Heilen, obwohl er sich selbst geheilt hat. So, jetzt gehe ich im besten Video hier aus Highground. Bye. Nein, komm schon. Na, verdammt. Wird ihr aufhören, auf mich zu schießen? Nein, keine Anti-Hill für mich. Ähm. Wollen wir das wieder machen? Das soll jetzt nicht. Ich kriege halt auch noch Munition nach einer Zeit. Geh weg, Lex. So. Ähm. Ach, das ist deine Ulti. Ich habe mich schon gewohnt, was ist dieses komische Geschrei? Aber irgendwie war es ja, klar. Können die bitte auf den Punkt gehen? Ich will nämlich noch... Oh, oh, oh. Danke. Ach, verdammt. Ich kam nicht weg. Ich durfte nicht sprinten. Ich war noch in der Anmeldung. Ich war noch in der Anmeldung. Ping, Pip. Ich ping. Habe ich mir einen Live-Rap? Ich glaube schon. Oh nein, wir haben es verloren. Oh. Ich fand es ganz lustig, als wir dann beim ersten Mal, ähm, bevor wir diesen Lexus getrollt haben. Aber jetzt hier, das ist glaube ich etwas doof. Weil, naja. Ähm. Ich weiß ja schon, wieso hier jeder geflamed wird. So. Ach, ich bin hier nachgeladen. Weg verloren. Nein. Nein, danke. Geht weg. Geht weg. Geht weg, Lex. Nein. Er hat besser gebrochen. So ein Mist. Er konnte diesmal ziehen. Oder hat er es nicht richtig verwendet. Ne. Ich finde es komisch, dass die Lexus verändert haben. Ich fand die vorher besser. Ich weiß nicht, ob ich da über jeden, was wir gesprochen haben. Aber, boah, hat Lexus ja diese langsamen Schüsse und dafür jeden Schuss 1000 Schaden oder so gemacht. Ich glaube, ich bin wirklich schnell als meine Katze. Und jetzt spammt er halt im Grunde nur noch. Ich weiß ja nicht, ob die Nara, nicht, Nara, ähm, wie heißt sie da nochmal? Ash weiß, dass sie sich bewegen muss oder nicht. Was euch mit Brunze denke ich nur da umsteht. Und ich finde die Hitbox ein bisschen komisch, so. So. Jetzt gehe ich mal wieder verlenken. Oh, ich habe wieder Coins, okay. Ich kann da nicht hoch. Ich vergesse es jedes Mal. So. Von hier oben. Ähm. Nein. So. Das war eine perfekte Granate, muss ich sagen. War ich nicht nur Ulti? Ähm. Ich komme hier hoch. Leute, können wir hier in der Kart bleiben? Wie ist das mit Team nicht da? Wieso sterben die jetzt alle? Die ersten waren wir so einfach und jetzt machen die einfach gar nichts. Wow. Mal sehen. Ich gehe aufs Highground und dann konzentriere ich mich jetzt auf wirklich drauf zu töten. Ich wollte ja einfach nur, dass die Runde etwas interessanter ist. Ähm. Der Schaden fällt halt wirklich ab. Ich sollte den da töten. Wieso ist unsere Inara eigentlich da? Ich finde, den Ash macht gerade irgendwie nichts außer herumzustehen. Und dieser blöde Fuchs heilt sich selber. Ähm. Ist hier noch irgendwas? Nein. Geh weg. Oder pip. Ich helfe der Mief. So. Weil den Highground zu behalten ist, glaube ich. So viel zu Highground behalten. Ähm. Kann ich hier hoch? Ja. Halt, da war. Lecks Stück. Dankeschön. So. Jetzt hier hoch. Ja. Man kann hier nichts. Aber. Ich kann versuchen, sie zu töten. Wir sind ja alle auf dem Punkt. Nein. Pip steht bitte. So. Halt, Willow. Du bleibst da. Ach. Ich finde es so toll, dass ich nicht nachladen muss. Ähm. Ist das nur... Okay. Mief ist nicht da. Wo ist er? Nein. Nein, danke. Kein Execute, bitte. Kann ich jetzt bitte Heilung bekommen? Oh. So gut. Okay. Und. Wo ist sie? Ich glaube, ich hätte jetzt nicht, dass sie alleine ulten sollen, aber... Ja, gut. Wir haben gewonnen. Ich glaube, sie hat uns alle Exekute und dann schon einen Punkt bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst doch eine Bewertung da. Lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.